Ladies and Gentlemen, Willkommen zu einem neuen epischen Projekt. Wir spielen Southparks The Fracture Butthole. Und ich habe mir einfach nur gedacht, komm, du springst auf diesen Hypetrain drauf und machst erstmal die Musik ein bisschen leiser. Ey, ich bin so gehyped auf dieses Spiel, ich habe den ersten Teil zu Tode gesuchtet und... Oh fuck this shit, go! Spielen! Neues Spiel! Wenn es dir schwerfällt Kämpfe zu gewinnen, dann versuche einfach besser zu werden. Ein sehr nützlicher Tipp. Alles klar, klar. Alle Charaktere und Ereignisse in diesem Spiel, auch die eure Fasional... Ubisoft Presents Eine Ubisoft San Francisco Produktion Ubis in Collaboration with Ubisoft Osaka und Massive Entertainment Southparks Studios Boah ey, ich freue mich so sehr! Boah ey, ich freue mich so sehr! Das war einmal... Das Verbrechen wütet, Katzen verschwinden, die Bürger werden zu Opfern! Oh hey, wer hat vor meine Tür gekackt? Ah, ah! Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger! Unter vom Auto, du kleiner Bisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten! Hier sind zwei Lager, im Krieg! Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten! Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung! Mythen erzählen von alten Zeiten! Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Staat zerrissen Gott war! Alter! Schnauzer, Mom! Die Zeit zu verlieren! Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze! Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist! Southpark! The... Fractured... Butthole! Southpark direkt eine leere Zerreißprobe! Also... Also erst einmal, deutsche Zerkro, aber geil! Find ich super! Okay... Was... Äh... Okay, wir machen natürlich einen schönen Charakter, der uns gefällt! Und er soll natürlich auch zu uns passen! Deswegen suchen wir uns jetzt nur das Beste aus! Wie gesagt, wir wollen uns mit diesem Charakter selbst identifizieren können! So einen schönen Bart... Boah, eh! Komm! Das ist doch ganz klar, welche Farbe wir dann nehmen müssen! Alter, nein! Das ist was! Boah, komm! Hier so eine richtig schöne Nerdbrille, ne? Ähm... Komm! Da nehmen wir mal so ein ganz dezentes... Ne, das würde nicht passen! Komm! So ein ganz schönes... Ja... so ist fein die Kleidung da würde ich so schon gerne die vornehmen und Hände natürlich auch wieder Scheiße na ok davon hatte ich gelesen, ich hatte gedacht, dass das ein PR-Gag ist keine Sorge, das wirkt sich nicht auf den Kampf aus nur auf dein ganzes restliches Leben boah, wollen wir das sehr schwer machen wollen wir diesen Fehler begehen alter äh ancient zaron ah lol die mauren greifen an sie sind überall lass sie nicht zu unserer Basis zu spät, sie haben das Kapitel gestürmt ah sie haben, haben die Basis klagt sie zurück auf die mauren ihre Rüstung ist zu stark sie tragen Fahrradhelme wo ist der König? nein ok halten 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 ah achso das ist ein Minigame geworden alter kackmeister alter hey Fußteil wegfleischemittel gegen Anhalt scheiß wir wir sind hier untergetaucht da machen neue Freunde nur Probleme du bist ja paranoid hör auf mit dem scheiß Zeug es verändert dich dieses scheiß Zeug ist aber das einzige was das unerträgliche scheiß Dasein mit dir erträglich macht oh hallo mein Schatz ich hab dich gar nicht gesehen äh deine Freunde sind unten Spätzchen los geh spielen ja ok also das Spiel anscheinend direkt nach Teil 2 ähm 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 ok ok faddy günstig was haben wir in unserem Zimmer ah hier die Gute halt oh come oh come oh come oh ok ok oh lol da ist auch unser Anal-Buildo aus dem ersten Teil kann man den finde ich cool ich bin mal gesp... oh lol die Topfell ey ich bin mal gespannt wie viele ähm Secrets es oder E-Stacks aus dem ersten Teil gibt hab ich noch ganz erwähnt ähm ich werde gucken dass ich dieses LP auf beiden Kanälen also auf YouTube ähm ähm meine Freunde stehen vor der Tür Schatz geh raus zum Spiel ok ok es gibt ein Crafting-Menü also ok auf jeden Fall ich werde gucken dass ich das jetzt auf beiden ähm Plattformen auf YouTube und auf Whitney hochlade so jetzt aber ja mein Herr die dreckigen Mauren wollen Kastell Kupa in ihre Gewalt bringen du musst kämpfen Herr wir brauchen dich alles klar mein Herr ach komm Alter ja äh ich ich glaube du bist ne kleine Muschi bitte was zieht dem Mauren als aus Maulherr ja lass dir das nicht gefallen vorwärts kann ich erteilt ihnen eine Lektion ach du scheiße ich habe keine Angst vor dir und deinen Königskombo und tschüss sehr schön hast du gesehen wie krass der König ist? niemand ist so stark wie er ok da muss ich auf jeden Fall gucken ok ich habe gerade schon einen kleinen Vietnam Flashback bekommen ok was ist denn Alter Alter das ist ja unmenschlich stimmt weiter König ja fangen wir zu kotzen die Mauchen sind unaufhaltsam dein Arsch muss ich erst aufladen mein König aber du kannst es immer noch hauen dein Arsch muss ich immer noch aufladen hier habe ich jetzt überall den könnte ich wegrauen und schüssen ich mache das ganze System so danach könnte der sterben und in der nächsten Runde habe ich dann beide ich zeig sie den König ah und weil ich jetzt was habe ich heute das ein war keiner jetzt nicht angereift ich zeig den König nicht mal so und jetzt muss ich Tio ja gut dich kriegen wir alle mal weg tschüss du kannst nicht gegen uns gewinnen denn niemals denn wir haben die allmächtige Kontrolle über unseren Anus ey man los wir müssen ins Kastell oh drachen äh ein Drache ein Drache? wir sind am Arsch das ist der Drache der Brüsch das ist der Drache der Brüsch Gegner kann nicht angreifen wenn du etwas untersuchst kräzt und einen hinterhalt gehört dem Gegner automatisch erst zu er ist sauer oh man ist der immer noch nicht tot? oh nein ihr werdet jetzt erst einmal zurück gestragen rückschuss kommt und der erste ist weg jetzt werd ich ach so der kommt auch noch rein oder wie? die haben rausgetauscht die haben rausgetauscht äh mach bloß denn Feuerhaut im Haus bleib mich da stehen wo er dich erwischt ok ich muss ich glaub wir sind zu verändern ok ich hätte vielleicht noch oben rechts gehen sollen er hätte nämlich nicht angreifen können hammer der gottes was was alter was alter was 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 oh sch wie ich gerade sagen wollte keiner hält den König auf er ist allmächtig sch scheiße ok hammer der hinwünschten Herrschaft Hupf er kann dich an nu drachen Töter gerangsslayer kng jewishback alter was so teich oh mein gold er hat den drachen besiegt unglaublich das kind ist der wahnsinn Ok. Vielleicht gibt es einen Weg durch die Garage, mein Herr. Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden. Ja, nur der König kann den Geheimweg durch die Garage finden, also, falls es einen gibt. Ja, nur unser unendlich weiser König kommt an dieser unüberwindlichen Barriere vorbei. Ah, jetzt kann ich auch hier rauf, oder? Nee. König Saftsack. Oh. Äh, damit habe ich nicht gerechnet. Spricht, Bade, was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner! Du wirst den Zorn der Mauren spüren! Rührt ihn nicht an, ihr Heiden! Gebt den Waden frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun! Der König! Es heißt, er tönt den Drachen mit nur einem Hieb! Ganz recht, und wenn ihr nicht... äh... Moment, Moment, wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch? Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Was? Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Kuhn, ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen! Ja, wir sind verfeindet, was soll das? Ich sag's euch! In meiner Zeit herrscht, dass Verbrechen und Katzen verschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen! Hey, nicht einfach das Spiel wechseln! Wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab! Eine Katze ist in Not, in der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft! Syndikat? Klingt nochmal zu groß für Kuhn in France! Willst du etwa, dass die Scheiß-Freedom-Pers die Katze finden? 100 Dollar einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Find die Freedom-Pers, Alter! Genau! Schatzi-Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller! Der Kuhn-Alarm! Kommt, Kuhn-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch in Kuhn-Versteck! In der Zukunft! Kuhn & Friends, kommen! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen! Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser! Was? Ich bin der König! König! Ich bin King-Newspec! Ich bin King-Newspec! Kann ich rein? Alter, der auch! Oh, wo ist? Ey! Cartman? Ich bin King-Newspec! Ich möchte mitspielen! Oh, hallo! Die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller! Ja, Fresshalten! Ach du Schreck! Ich glaube, wir müssen das Haus durchlüften! Ruhnkuchen! Ich habe meinen Vorrufen wiedergefunden! Ich kann furzen! Aber er ist doch schön alles looten hier! Ist ja Cartmans Haus! Oh! Da war der Katze! Hab ich ja nicht gesehen! Natürlich hab ich's gesehen! Wir nehmen einfach alles mit! So wie ich das sehe, können wir alles gebrauchen! Oh Gott! Jetzt habe ich ein bisschen Angst! Randbuch für Rohr arbeiten! Ich weiß nicht! Ja, was ist denn? Hör irgendwas! Warum? Oh, hier ist wieder das ganze Machine Dodge von Cartman! Wo ist denn? Ach da! Carmen's Journal. Christmas List Ideas for the Throne Geals. Was? Was ist? Alter dieses Geecode fuck you man? Zu ganz kurz. Alter, okay. Ich würde sagen, wie es dann jetzt weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ey man. Ich liebe es jetzt schon, dass wir... Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.